Kommen wir jetzt der dunklen Materie endlich auf die Schliche. Ein US-Forschungsteam ist eine spannende Premiere gelungen. Die Forschenden haben die dunkle Materie ganz in unserer Nähe, im Umfeld unserer Galaxie, der Milchstraße ins Visier genommen und dabei haben sie bislang unbekannte und super spannende Strukturen entdeckt. Können wir jetzt die Geheimnisse um die mysteriöse dunkle Materie lüften? Clixoom Science & Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Dunkle Materie ganz in unserer Nähe. Doch diese aufzuspüren und ihre Merkmale und Verteilung zu analysieren, das ist Forschungsteams weltweit bislang nicht gelungen. Dazu sagt Dong Gui Yong, der an einer neuen Studie zu diesem Thema beteiligt war. Ironischerweise ist es einfacher, die Verteilung der dunklen Materie in großer Ferne zu kartieren, als in unserer Nachbarschaft. Das Problem? Teile der nahen Strukturen werden von der Milchstraße verdeckt und zum anderen wird die Bewegung von Galaxien auch von anderen Faktoren als der dunklen Materie beeinflusst. Große Störfaktoren also, die sich gar nicht so einfach herausrechnen lassen, wenn man nur wenige Galaxien ins Visier nehmen will. Die Kartierung von Strukturen, die sich in unserer Nähe befinden, stellte bislang also eine riesige Herausforderung dar. Doch das US-Forschungsteam hat sich diese Herausforderung angenommen mit Erfolg. Herausgekommen ist dabei die Verteilung der dunklen Materie im Umfeld der Milchstraße. Mit dabei sind einige zuvor unbekannte Strukturen, die benachbarte Galaxien verbinden. Heißt also, die Fachleute konnten unter anderem auch bislang verborgene Materieströme ausfindig machen. Können wir mithilfe dieser neuen Erkenntnisse jetzt also endlich die Natur der dunklen Materie aufklären? Rund 300 Milliarden Sterne, daraus besteht sie, unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße. Sie gehört zusammen mit der Andromeda-Galaxie, mit zu den größten Galaxien der sogenannten lokalen Gruppe. Beide zusammen bilden etwa 95 Prozent der Masse dieses Galaxienhaufens aus. Mit dabei sind noch weitere 70 bis 500 kleinere Galaxien. Zu der lokalen Gruppe kommen noch 100 bis 200 weitere Galaxienhaufen, die dann alle zusammen einen Teil des Virgo-Superhaufens bilden. Doch wie genau verteilt sich hier im Umfeld der Milchstraße die mysteriöse dunkle Materie und in welcher Dichte? Genau diesen Fragen sind die US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer aktuellen Studie nachgegangen. Dafür nahmen sie sich eine künstliche Intelligenz zur Hilfe. Zunächst mussten sie diese trainieren, damit diese überhaupt in der Lage ist, eine solche Kartierung von kosmischen Strukturen vorzunehmen. Dazu trainierten die Fachleute die KI mit einer großen Menge an Simulationen, die wiederum die Verteilung und Merkmale von Galaxien dunkler Materie und interstellarer Materie enthielten. Diese Übungen wurden vor allem mit Datensätzen durchgeführt, die Infos zu ähnlichen Galaxien wie der Milchstraße enthalten. Tatsächlich gelang es so, die künstliche Intelligenz, KI zu einer großen Hilfe auszubilden. Das neuronale Netzwerk wurde somit letztendlich in die Lage versetzt, verschiedene Charakteristika von Galaxien in Zusammenhang mit dunkler Materie zu ermitteln. So zum Beispiel die Eigenbewegung, Entfernung und Leuchtkraft von Galaxien und wie diese mit der Dichte und Präsenz von dunkler Materie in ihrer Nähe zusammenhängen. Ein großer Erfolg, wie das Forschungsteam schreibt. Das System kann auf der Basis des Gelernten auch in neuen Daten detaillierte Strukturen erkennen und einige Lücken schließen. Doch erst nach dem Training der KI ging es dann ans Eingemachte. Die Forschenden fütterten das neuronale Netzwerk mit Daten des sogenannten Cosmic Flow 3-Galaxien-Katalogs. Darin enthalten rund 17.600 Galaxien, die sich im Umkreis von 65 Millionen Lichtjahren um die Milchstraße herum befinden. Auf Grundlage dieser Daten sollte die künstliche Intelligenz dann ermitteln, wie sich die mysteriöse dunkle Materie in unserem lokalen Umfeld, also in der Nähe der Milchstraße, verteilt und wie deren Dichte ist. Eine echte Premiere. Denn solch eine Karte zur dunklen Materie in unserem lokalen Universum gab es noch nicht. Und die KI hat es tatsächlich geschafft und eine detaillierte Karte dazu erstellt. Und diese enthüllt einige spannende Informationen. Zum einen, dass die dunkle Materie sich in einer Art netzartigen Struktur um uns herum verteilt. Genau diese Art der Verteilung konnten Fachleute in der Vergangenheit schon im fernen, frühen Universum beobachten. Und die aktuelle Studie offenbart weitere spannende und bislang unentdeckte Strukturen. Mit dabei unter anderem kleinere Brücken aus dunkler Materie. Benachbarte Galaxien werden laut der Fachleute durch diese neu entdeckten Brücken miteinander verbunden. Und das hat selbst das Forschungsteam überrascht. Mithilfe der neuen Karte wissen wir nun, wo diese Filamentstrukturen liegen und können diese verborgenen Brücken zwischen den Galaxien dadurch direkt untersuchen. Und es konnte ein weiteres bislang unbekanntes Charakteristikum dingfest gemacht werden. Die Gleichrichtung der Sternenströme, Zwerggalaxien und Kugelsternhaufen im Umfeld der Milchstraße mit der lokalen Ebene. Astronominnen und Astronomen meinen damit einen Bereich von rund 20 Millionen Lichtjahren Durchmesser. Hier werden die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie von zwölf großen Galaxien umringt. Unsere nächstgelegenen großen Nachbargalaxien sind also bemerkenswert regelmäßig angeordnet. Zudem konnten die Fachleute noch weitere Strukturen mithilfe der KI aufspüren. So beispielsweise eine relativ leere Zone im All am Rand unserer Milchstraße, den sogenannten lokalen Void. Dieser war den Fachleuten bereits im Vorfeld bekannt. Doch die neue Kartierung offenbart Einblicke in die Dynamik und die gravitativen Verbindungen solcher Objekte. Dazu schreibt das Forschungsteam, Die Geschwindigkeitsdaten zeigen, wie sich Material vom lokalen Void zu den nahegelegenen Filamentstrukturen und Galaxienhaufen bewegt. Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass sich der lokale Void von uns aus gesehen über 40 Prozent des Himmels erstreckt und direkt am Rand der lokalen Gruppe beginnt. Fachleute gehen davon aus, dass der größte Teil der Materie in unserer Galaxie und ihren Nachbarn ursprünglich aus diesem lokalen Void stammt. Auch eine weitere bereits bekannte Struktur des lokalen kosmischen Netzwerkes beinhaltet die neue Kartierung. So beispielsweise eine Brücke aus dunkler Materie zwischen dem Virgo-Superhaufen und der lokalen Gruppe. Ein dunkler Superhighway aus dunkler Materie, also der bereits vor einigen Jahren dingfest gemacht werden konnte. Es handelt sich um eine gigantische Strömung, also ein brückenartiges Filament, das sich vom Virgo-Cluster durch die gesamte lokale Gruppe zieht. An der Seite wird diese Brücke aus dunkler Materie komprimiert. Der Grund? Die lokale Leere in unserer kosmischen Nachbarschaft dehnt sich aus. Die künstliche Intelligenz, die das US-Forschungsteam für seine aktuelle Studie eingesetzt hatte, konnte zudem auch den Fornex-Wall ausfindig machen. Hierbei handelt es sich um ein Filament, das mehrere Galaxienhaufen verbindet. Für die Fachleute sind diese Nachweise der Beleg dafür, dass ihre neue 3D-Karte die Dynamiken und Wechselwirkungen der unsichtbaren und sichtbaren Materie gut erfasst. Das US-Forschungsteam freut sich über diesen Erfolg und ist optimistisch, das Rätsel der mysteriösen dunklen Materie wieder ein Stück weiter lüften zu können. Da die dunkle Materie die Dynamik des Universums dominiert, bestimmt sie auch unser Schicksal. Heißt also im Klartext, sobald wir die Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten verstehen, wie sich die dunkle Materie heutzutage verteilt, lässt sich auch die Geschichte unserer kosmischen Nachbarschaft konstruieren. Denn mit Hilfe der neuen Erkenntnisse der aktuellen Studie wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun herausfinden, wie unsere kosmische Umgebung zu dem wurde, was sie heute ist. Dazu schreibt das Forschungsteam, eine solche Karte des lokalen kosmischen Netzwerkes zu haben, eröffnet ein ganz neues Kapitel kosmologischer Studien. Denn wir können nun erforschen, wie die lokale Verteilung der dunklen Materie mit anderen astronomischen Daten zusammenhängt. Hier meinen Fachleute unter anderem Strahlungsemissionen, mit deren Hilfe man der dunklen Materie auf die Schliche kommen will. Denn einer Hypothese zufolge könnte es so sein, dass sich die Teilchen der dunklen Materie gegenseitig auslöschen, und zwar unter der Abgabe von Gamma- oder Röntgenstrahlung. Genau das kann jetzt mit Hilfe der neuen Kartierung ermittelt werden. Denn falls dies wirklich so ist, müsste die Strahlung ja in denjenigen Regionen mit hoher Dichte der dunklen Materie deutlich höher sein. Sie ist und bleibt aber immer noch ein Rätsel, die dunkle Materie. Denn was sie ist, das wissen wir immer noch nicht. Aber wir scheinen hier so langsam auf die Spur zu kommen. Großartige Entdeckung dunkler Materie auf der Spur mit einem Unterwasserteleskop? Anklicken, anschauen und diesen Kanal hier abonnieren. Clixoom Science in Future einfach hier unter dem Video oder jedem anderen Video auf den Abo-Button klicken. Das ist vollkommen kostenlos, muss man immer mal wieder sagen. Also ansonsten bis dann, bleibt dran.